Ja, mal ein paar Aufnahmen von dem Platz, wo wir hier stehen. So, stehen da. Das sind noch ein paar Plätze und das soll wohl eine Feuerstelle sein oder was auch immer, wo Restholz verbrannt wird. Da ist auch noch mal ein Platz, wo man stehen kann. Da ist ein riesen Spielplatz, Abenteuerspielplatz. Ganz nett gemacht alles. Also für Kinder wirklich toll hier. Da in dem Haus sollen wohl kleine Ferienwohnungen sein. Auch ganz nett gemacht. So, hier haben wir auch noch ein paar Stellplätze. Und ein paar Wohnwagen stehen. Wenn ich das richtig sehe, können wir hier sogar eventuell Gas bekommen. Steht natürlich keine Info dazu. Da ganz hinten ist die Annahmestelle. Aufnahme? Keine Ahnung. Checkpoint. Hier ist eine Gastro. Und hier sind die Duschen. Duschbereiche. Ja, alles ganz nett gemacht. Und hier ist uns natürlich der Klopper passiert. Hier ist eine Behindertendusche. Diese habe ich nicht gesehen. Aber in diesen Behindertenduschen fehlt leider alles. Das ist eine Toilette. Toll. Und das ist die Behindertendusche. Ich hoffe, ihr seht das. Der Duschtuhl. Der ist nicht da. Habt nun vergessen. Das ist ein bisschen dunkel. Naja, so ist es halt. Ja, schade. Was ist das hier? Noch ein kleiner Aufenthaltsraum. Das ist ein bisschen dunkel. Naja, so ist es halt. Ja, schade das, was ich nicht. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das.